Mario, wo bist du? Hier oben! Was ist denn da oben? Ein Schalter! Was soll der uns helfen? Wirst du dann schon sehen! Die zweite Welt schon! Schiebehewe sind hart! Gassau ist ein Hohn, sieht aus wie ein Donut! Wo ist denn der Schalter? Hinter der Röhre! Ja, ich hab mal in der Röhre! Und wie heißt der Boss hier? Morten Cooper! Junior! Höhle betreten Ins Wasser gehen Die Leiter hochklettern Rechts abbiegen Sich südlich halten Bei Lemmy klopfen Scheiße Schalter vergessen Meine Güte, ist das alles verwirrend hier? Die Suche nach dem Schalter ist wirklich kein Pläser Raupen Raupen mal gelb, mal rot Von Seifenblasen bedroht Rugby-Spieler pfeift unter Wasser Dann D Willi!